so da sind wir schon wieder zurück ihr seht schon ich bin schon in der laufenden runde ich zeige euch direkt mal wo ihr die imbiswagen findet den ersten imbiswagen werdet ihr hier oben finden genau da wo das haus ist den zweiten imbiswagen werdet ihr genau da finden bei lazy lake oberhalb und ich selbst muss jetzt noch hier den letzten wagen finden und der ist genau da also noch mal einmal müsst ihr hier hin einmal müsst ihr hier wo die kreuzung ist hin und wir müssen jetzt noch dahin dann haben wir nämlich alle drei imbiswagen geholt und logischerweise so sind wir dem skin endlich schon wieder einen schritt näher weil wir sind die ganze zeit schon am lungern wann kommt denn endlich der genesungsskin bzw der toxin skin der uns schon ewig geleakt wurde selber von epic aus und jetzt können dann endlich mal rausholen wie gesagt alle herausforderungen werde ich für euch machen hochladen jetzt einfach nur kurz auf der map wie gesagt einmal da einmal da und einmal jeweils heute springs da wo jetzt alle landen und dann werden wir die aufgabe nämlich auch gemacht haben und ihr seht schon alle stürzen sich dahin jetzt hoffe ich nur dass mich irgendeine vom himmel holt so ehre 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 so und dann haben wir das ganze auch geschafft ich hoffe ihr seid dann auch soweit und wie gesagt wenn ich euch helfen konnte gerne abo dalassen like nicht vergessen und in dem sinne vielleicht bis demnächst im live stream und haut rein